Hallo liebe Freunde unseres Kanals, ein kurzes Update. Es ist Sonntag, wir sind hier für Gartenarbeiten. Auf Freitag waren wir nicht hier, weil es gerechnet hat, aber ja, es ist etwas vorwärts gegangen hier. Die haben schon die Decke verschalt. Sehr schön, sehr schön. Ja, hier sind wir dann in der Küche. Wow, 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 that's looking good, Ninu. Das ist für die großen Windeln und so. Es ist in guter Form. Oh, Wasser, ja? Es hat regnet, ja? Es ist sehr glücklich. Und die Wälder sind jetzt gut hier. Ja, 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 ja. Die Wälder müssen auch ausfüllen. Die Wälder sind 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 auch ausfüllen. Ja, die Verschalung. Ach, ich mache das Video jetzt einfach auf Englisch und auf Deutsch zusammen. Ja, sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Ah, es gibt ein großes Wohnzimmer. So, bis hier, hier kommen dann die zwei Räume dran. Sehr, sehr schön. Und das alles wird dann das Wohnzimmer. Mit den Panoramafenstern dort, sehr, sehr cool. Ja, sieht schon nach Haus aus, Schatz. Ja, da haben wir alles verschalt hier. Das ist ein großes Wohnzimmer. Es ist ein großes Wohnzimmer. Ja, ja, ja. Hier ist ein Badcup. Schauer. Badcup. Es gibt die Säte, genau wo es ist und wo es ist. Ja, ja, ja. Das ist ein neues Wohnzimmer. Ja, ja, ja. Und das ist eine andere Seite. Ja, ja. Ah, wir haben fast fast ein Ruf von unserem Kopf. Ja, man kann flamken und sehen was sie ist. Also, gehen wir mal hoch. Oh Okay Ja, das sieht doch mal toll aus hier Cool Soviel dazu, liebe Leute, das sind erstmal so die News von heute und wir gehen jetzt erstmal in den Garten noch ein bisschen arbeiten Ja, bis später Leute Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal